Der Kudelsteinofen, die beste Pizza Berlin-Mitte, Italo-Fritzen im Hotel Neuer Fritz, an der Spree, an der Friedrichstraße, einfach einmalig, lecker, super Koch, super freundlich. Wir drehen uns mal um gleich, gucken dann hier an, gemütlich eingerichtet, wie in Österreich, einfach gemütlich, lecker essen, gemütlich an der Spree, große Terrasse, jetzt kommt die Sonne raus, super schön. Kleines Bereich nach hinten. Kleine Züche unten, kleine Züche oben, große Züche oben. Schön Couchtüche, es gibt alles, was das Herz begehrt. War eine schöne Werbung für Berlin. Wir sind ja an der Spree, mehr geht ja nicht. Einfach lecker, gemütlich, große Witzen. Große Fernseher. Auch große Tüche. Richtig nochmal Richtung Berlin-Berlin. Einfach super gemütlich, als ob man zum Skifahren ist, in Tirol. Hier der große Tisch nochmal. Dann mal hier die Abendbar. Wein, Rotwein, Weißwein, Cocktails, was das Herz begehrt. Ein Glück mit dem Wetter, die Sonne kommt raus. Ein Blick mit dem Frühstücksrestaurant vom Hotel Neuen Fritz in Berlin an der Friedrichstraße. Danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Tag. Schönen Nachmittag, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Danke, euch. Tschüss, tschüss.